Hallo liebe Schachgemeinde, mein Name ist Martin Hahn und ich schreibe Schachgedichte. Das folgende Gedicht heißt Blättchenfall. Ich halte Blättchenfall für ein schönes Wort in der deutschen Schachsprache. Es ist allerdings ein bisschen vom Aussterben bedroht, da es bei modernen digitalen Schachuhren im Gegensatz zu den früher üblichen mechanischen Uhren keine Blättchen mehr gibt, die fallen können. Heute hört man stattdessen fast nur noch das Wort Zeitüberschreitung. Blättchenfall Blättchenfall am sechsten Brett Trotzdem trischt man ganz kokett weiter auf die Schachuhr ein Plötzlich blökt Brett fünf hinein Peter, schau, sein Blättchen fiel Peter wähnt sich nun am Ziel Schreibt 1-0 und reckt die Faust Pfeilschnell durch den Spielsaal saust Von den Gegnern, der an Acht Droht mit einer Prügeltracht Jenem, der sein Maul nicht hielt Keiner da, der jetzt noch spielt Peters Gegner tobt vor Wut In den Adern kocht sein Blut Und ein Kiebitz lacht sich schlapp Endlich geht's beim Schach mal ab Kiebitz lacht es beim Schach mal ab Bauten Gäbitz lacht es beim Schach mal ab Untertitelung des ZDF, 2020